Bill Gates geht am Privatstrand seiner Villa spazieren. Auf einmal wird eine alte Flasche an Land gespült. Er nimmt sie, öffnet sie und es erscheint ein Flaschengeist. Danke für deine Rettung aus der Flasche, Bill. Du hast nun einen Wunsch frei. Was es auch sei, ich werde ihn dir erfüllen. Bill Gates überlegt und meint dann, hier ist eine Landkarte mit allen Krisen und Kriegsgebieten der Erde. Ich möchte, dass dort überall Frieden herrscht. Der Geist nimmt die Karte, stöhnt und meint, das ist einfach zu viel. Hunderte von Kriegen, Hassende Menschen, religiöse Fanatiker. Ich bin doch nur ein einfacher Flaschengeist. Das kann ich nicht alles wieder gerade biegen. Hast du nicht noch irgendeinen anderen Wunsch? Ich hätte da noch einen. Ich möchte, dass alle gröberen Fehler aus Windows 95 verschwinden. Darauf der Flaschengeist. Zeig mir doch nochmal die Landkarte. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und bitte diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.